hallo und ich komme es ist mal wieder soweit der neue fordner job kommt gleich ist auch in 50 sekunden da gestern gab es ja hier ganz neu den flash das flash paket backblink spitzhacken mode welches im übrigen mit jedem skin geht und ladebildschirm mal sehen was heute in dem shop reinkommt ich bin überhaupt noch nicht informiert bin gespannt ist ja heute valentinstag vielleicht gibt es noch was schönes ich weiß es nicht lasst uns mal überraschen 321 und der neue shop ist da also flash ist auf jeden fall noch dabei hätte habe ich auch vermutet okay ein neues mode ja dann legen wir mal los also da haben wir java rhythmus dann haben wir die wiki geht mehrere stile dann kann man mit oder ohne putze und dann gibt es die schnur pack teils dazu auch mit den gleichen stilen und dann haben wir die schnur axt auch mit vier verschiedenen stilen passend dazu und dann haben wir echo die finde ich eigentlich ganz nett auch mit zwei stilen und die zwielicht sicheln dazu und dann haben wir echos die lackierung und dann haben wir täglich vorgestellten haben wir die gaunerin die weiß ja auch schon ein paar mal im job aber das ganze war jetzt alles vor einem guten monat da genauso wie die zündkerzen künstlerin marathon ist heute das seltenste im shop und zwar war das das letzte mal vor 413 tagen da dann haben wir ein neues mode auf die plätze und röstlichkeit da gibt es ein paar marshmallows ich glaube da gibt es zwei unterschiedliche sachen ich habe irgendwo ist sie dann auch noch mal gucken keine ahnung wie oft man das dann machen muss ja jetzt schafft es ja guten appetit naja das meiste fällt wohl eher daneben essen muss sie auch erst noch lernen ja und dann kommt noch das flash paket von gestern oder einzeln wieder wie man möchte habe ich ja gestern schon vorgestellt da könnt ihr gerne das item shop video von gestern gucken ich verlinke euch das mal hier oben genauso wie tron ist auch schon ein paar tage jetzt dabei oder wilde herzen auch immer noch vorhanden da ist ja auch das herz hier noch der war gestern glaube ich mal reingekommen ja dann haben wir auch alle noch dabei da ist der kuschelkönig tess ist auch immer noch dabei und hier sind die dass das musikstück noch paar emotes und gleiter ja wie gesagt das könnt ihr noch von gestern nachgucken wird euch das noch interessiert und das war schon wieder mit dem shop ich wünsche euch alles gute bis zum nächsten mal tschüss eure sam und dann